Ich glaube, das war für das Team, für die Mitarbeitenden sehr wichtig. Das ist wirklich ein Moment der aktiven Mitarbeit an einem grossen Projekt. Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeitenden. Das war mir sehr wichtig auch, dass man über diesen Kanal auch Wertschätzung für ihre tägliche Arbeit portieren kann. Und andererseits sehe ich das durchaus auch so, dass, weil wir im sehr engen Austausch und regelmässigen Austausch mit unseren Patientinnen und Patienten stehen, kennen wir die Sensibilitäten in etwa und können uns ein bisschen erahnen, was passt und was nicht oder was geht von Süches her gar nicht.